Das Herbstlärm Festival 2024, die Tage der musikalischen Vielfalt am 29., 30. und 31. August im Haus der Musik in St. Johann im Pongau. Am Donnerstag mit Stubenblues 2.0 und The Lettners Combo. Freitags mit John Doe und Mary Jane's Soundgarden. Und am Samstag kommen Cousins Like Shit und der Nino aus Wien. Täglich gibt's frische, regionale Festivalküche, wie immer von Norbert Zerzer und Günter Felber, dem Genussspecht. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, ohne die das Festival in dieser Form nicht möglich wäre. Mehr Informationen unter www.herbstlärm.at oder www.kultur-plattform.at I could not understand